CT ist eine ganz große Technik aus der amerikanischen Chiropraktik. Man kann alles testen und findet immer eine Antwort vom Körper. Es ist ein sehr intelligentes System. Eine der großen Vorteile in der CT-Technik ist, dass man das vom Säugling bis zur 90-jährigen Patientin anwenden kann. Die Technik ist sehr sanft und sehr tiefgreifend. Ich mache eigentlich zu 85% nur CT in der Praxis, weil die einfach sehr exakt ist und analytisch ist und ich nichts falsch machen kann, nur richtig machen kann und wunderbare Ergebnisse haben. Der Aktivator ist der Impulsgeber, der je nachdem wie stark der eingestellt ist von Viertelring bis Fünfringe die Schnelligkeit vorgibt und damit die Intensität des Impulses. Also CT ist auch eine Technik, aber ich glaube das ist bei allen so, man lernt nie aus und kann immer nur dazulernen und sich immer wieder verbessern. Gut guru schreibt gut. Gebt.